hallo leute herzlich willkommen zurück bei splinter cell ja in den letzten parts harmonie nicht wirklich was gebacken bekommen da das hier echt nicht so einfach ist ok ich hasse es ich hasse es echt ja auf jeden fall medikit aber das war's dann auch schon kann man die kann man ausschließen das ist schon mal wieder ein bisschen was wert hier natürlich nicht ja wei 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 kommt jetzt immerhin schon mal hier runter der typ na doch da kann doch mal was doch eine lampe zum ausknipsen dreck kommen jetzt noch die anderen auch noch runter gerade granate rauchgranate naja ok spezialeinheiten sind das ja wohl was das gibt's nicht seit ihr bist doch nicht das gibt's nicht leute das gibt's nicht naja geh mal darunter los so die gehen jetzt schon auch noch nachgucken ja oh wei oh wei nee die gehen nicht gucken die patrouillieren hier so hallo was kommt kommt schon kommt schon hier macht auch was blieb 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 kann man hier durchgehen durch das ist nur vorhanden hier ne natürlich nicht boah echt tricky hier so hauptsache der liegt im dunkeln der rest ist mir gerade so ganz leicht egal oh himmel auch schon zwirren ey so mein kaffee ist aus äh alle letzte mission brauche man echt noch mal die ganzen alle alles das können die man so besitzt guten tag guten tag guten tag ok hört ihr da auch irgendwas piepen ich höre die ganze zeit hier was piepen das ist doch schrecklich so wir stehen jetzt direkt da drunter dann muss doch bestimmt jetzt aus wenn du jetzt nicht triffst wenn du jetzt nicht triffst dann kriege ich eine macke die kommen noch nicht zurück vielleicht komm schon bitte sam jawoll braver sam braver lumpi oh wir haben keine munnen mehr so was sind jetzt hier die letzten in diesem gang das ist oh mal gucken wie lange wir hier für noch brauchen ok wir hauen ja jetzt ab ne ok ok ah mist ok das wollte ich jetzt so nicht weil der hat wie gesagt der der gleiche gefunden das möchte ich nicht das möchte ich einfach nicht gott verdammt ja tut mir leid tut mir echt irgendwie leid ok das gibt eine alarm so ah gott verdammte kacke himmel arsch und zwirn gibt es doch nicht hier schon besser so muss das auch laufen hier ist auch alles komplett dunkel so hast du was du hast eine tasche dabei sich mit einer notiz was hast du du hast nichts dabei so lieber mal anlassen falls irgendwie bewegungsmelder sind oh da ist eine kamera hui hab ich grad schwein gehabt da hab ich doch grad mal schwein gehabt schlöss klemmt oh was ist denn ernst dass wir jetzt an der kamera vorbei müssen naja klasse naja klasse naja klasse ist aber schon besser jetzt sieht sie uns ja nicht aber müssen wir bestimmt da durch abgeschlossen abgeschlossen ok abgeschlossen heißt nicht klemmen halt so dietrich mach deine arbeit so und so komplett geknackt speichern sind draußen kann man hier rein die schalten ach du ach du scheiße das habe ich jetzt nicht gesehen ok schnell speichern das habe ich jetzt nicht gesehen dass da der untere anbleibt so auch sind sie das nikola zu und seine männer sind fast in der bibliothek wir warten bitte drin ist nicht wahr ok guten tag naja solange du bitte das licht auslässt ist mir das relativ egal was du machst dann macht er auf einmal das licht an dem echt harte munition dabei die säcke ja es ist auch leicht zum brechen hat er irgendwas na klasse eine tragbare atombombe hört sich pricke denn die arche ist ein missionsziel hol sie dir sie ist in einem keller in der bibliothek der safe hat ein retinaschloss das auf nikola zu anspricht also werde ich nikola zu lebens brauchen um die arche zu bekommen stimmt genau oh wei äh klingt ja noch viel spaß nikola zu gefangen zu nehmen äh so wo geht es jetzt hier raus wo geht es jetzt hier raus weil hier ist ja nichts wo geht es hier raus ne 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 so wo guckst du gerade hin unterscheidest guckst grad weg vielleicht klemmt da das schlösser jetzt nicht mehr ich nehme es mal ich gehe davon aus dass es nicht mehr klemmt genau huha oh das war gerade krass kacke so knipsen wir mal das licht aus damit der versteckt damit ich den wenigstens eine Ecke verstecken kann boah, das war jetzt gerade krass da war der neben mir Himmel schnell speichern oh, wei, 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 wei gibt es hier, ja wohl da ist einer so schnell weg hä, wie lange Tote ach du Scheiße Retina Safe mit Nicolazes Hilfe öffnen warum liegen hier Leichen wir haben die Bibliothek erreicht Nicolazes ist drin Achtung an alle haben wir hier 66768 66768 66768 also 66768 so ach du Scheiße so oh, Mumpeln und nochmal wie viele Medikets haben wir denn jetzt hier schon ist ja gar nicht zu verachten wie viel wir jetzt hier schon haben dürften ich drücke mal fertig mal schnell ein bisschen in die Dunkelheit flüchten bis wohin ist ein Licht hier oben ist nochmal Licht so kommt nun mal her vielleicht kommen sie ja wirklich jetzt ein bisschen näher ran da ist auf jeden Fall einer da ist auf jeden Fall einer da steht hier hinter da ist einer da ist einer der kommt schon mal her das ist schon mal schön halt so der ist weg so den räumen wir mal ein bisschen weiter nach hinten damit seine Kumpels dann nicht sehen können dass hier schon einer liegt das ist krass das Bild das Gemälde ist krass ziehen die da ein Schiff oder sieht das nur so aus sieht doch glaube ich nur so aus oder dass die ein Schiff ziehen ok das ist natürlich jetzt nicht so nett das ist nur das Deckenlicht oder was das ist jetzt echt nur das Deckenlicht so da ist nur ein Tischlicht schnell speichern ok hier muss man nochmal aufpassen hier muss man nochmal aufpassen wo geht es denn jetzt hier raus da war doch was da war doch was ist das hier Fahrstuhl oder so wo ist denn der andere sind doch zwei ach da du stehst im Licht ne mhm boah gegenseitig erschossen dreck das ist ein Fahrstuhl oder was ja ist ein Fahrstuhl vielleicht war es nur ein Schatten mal Vamos minu wir haben auch erwischt nice wir haben ihn erwischt weg mit dir Auf jeden Fall ist das ein Fahrstuhl. Das ist gut zu wissen, dass das ein Fahrstuhl ist. Aber sowas könnte man sich... Oh, eine Tasche. Was hat er? Eine Splittergranate. Gut, dass er die mal nicht geworfen hat. Sehr gut sogar. Okay, weg mit dem. Und dann... Zack, auf in den Fahrstuhl. Wir müssen, glaube ich, nach unten, oder? Bin mir zwar nicht so sicher, aber ich glaube schon. Wir haben einen Eindringling. Eine amerikanische Kommandoeinheit. Bring Nicolazzo in den Keller, bis wir den erledigt haben. Ah, na, klasse. Die wissen, dass ich da bin. Oh, wow, what's up? Nein, ich hab nicht... Oh. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, ja, wir haben eigentlich genug Medi-Kids. So. Schnell speichern. So, dann mache ich jetzt hier Feierabend. Wir gehen im nächsten Part den Fahrstuhl nochmal runter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich stelle beim nächsten Part von Splinter Cell wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.